Vor rund 40 Jahren wurden auf Sylt die letzten Bohnenreste verbaut. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Fachleute davon ausgegangen, dass nur so die Küste vor Sandverlust geschützt werden kann. Das stellte sich allerdings als Irrtum heraus. Die verrotteten Reste sind inzwischen problematisch für Badegäste, Wassersportler und Strandspaziergänger. Zahlreich wurden Metall- und Betonbohnenreste in den letzten Jahren entfernt. In diesem Winter wurde am Strand von Westerland jede Menge Sand fortgespült. In der Folge ragen nun dort die alten Holzbohnen hoch aus dem Sand. Sie sehen toll ausgeformt vom Meer, dem Sand und den Gezeiten. Meerestiere haben sich angesiedelt und doch bergen die spitzen Holzreste auch Gefahren. Mit dem Beginn der Sandvorspülungen im Frühsommer werden die alten Holzbohnenreste dann aber wieder mit Sand bedeckt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017